Willst du eigentlich irgendwann mal YouTube-Partner werden? Ich? Schwene? Dam-dam-dam. Dam-dam. Ja, bei mir ist gerade Minecraft abgeschmiert. Kann ich auch nichts für. Der Basti, der wird das natürlich anpassen bei sich, ne? Was? Weißt du das? Doch. So, ich lese jetzt mal wieder Fragen vor. Und Spinnen. Was hältst du von Free-to-Play-Spiel, wie zum Beispiel World of Tanks oder Leech of Legends? Fast nichts kostet ist auch nichts. Ja, richtig. Und WoW ist auch nichts. Ich hasse Leech of Legends und ich hasse World of Tanks. Ist so. Ich kann den Spielen nichts abgewinnen, ey. Die sind so scheiße. Findest du es auch? World of Tanks kenne ich nicht. Ich weiß nicht, mit dem Panzer rum muss die anderen abkühlen. Hört sich irgendwie scheiße an. Hört sich ja auch. Der Pfeister hat das sehr gerne gespielt. Ja, der spielt auch jeden scheiß mal gerne. Mal gerne. Mal gerne, spürt er alles. Das scheiße. Ne, komm, wollen wir ihn hier nicht beleidigen, ja? Er ist unser Freund, ja? Ein guter Freund von uns sogar, ja? Ein intimer Freund, okay? So, ey, 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 da ist so einer zu viel. Fackeln gesetzt. Bitte wie? Bitte wat? Bitte was? So. Erstmal suche ich jetzt hier so ein Katzen-Ding. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte doch noch... Ach, ne, erstmal töte ich den hier. Irgendwie. Kann man nicht irgendwie so ein Schema bauen? Das wäre echt cool. Ich hätte hier gerne einen Sonnen-Schema. Wow, ich glaube, dafür muss ich den Dschungel, ne? Ich mache einfach einen total behinderten... Was denn? Um Mr. Cat zu finden. Ja, ja, klar. Müsste den Trocken-Dschungel. Was gibt auch kein... Es gibt keinen einheimischen Dschungel, also keine Angst. Wo ist Mr. Cat? Die sind doch irgendwie furchtbar selten, oder? Äh... Tadah! Eben hab ich einen gesehen, da hatte ich keine Fische. Das ist ein Sonnen-Schema! Wenn ich Fische habe... Was? Der ist groß. Ja! Du hast auch Fackeln in deinem Schafsteil. Ja und? Ich hab dir in Fackeln reingesetzt. Ja und denn? Ist das schlimm? Die können kaum noch laufen, weil die kaum Platz haben. Bist du weh, ne? Hm-hm. Warum tust du das? Weil ich noch Fackeln überwarte. Ich rette... Ich rette... 46 Stück oder so. Boah, sie alle verbrennen. Ja, geile Geräuschkulisse auf jeden Fall. Ich höre nix davon, Gott sei Dank. Toll. Denn dir laufen die an mir vorbei und gucken mich böse an. Die manne... Die haben immer ein böses Gesicht. Ich weiß. Ich weiß, wir haben dir gegen den Baum geflogen. Zurecht. Ich finde immer noch kein Kettin. Kettin. Gott strafft sofort. So, die Fackeln könnt ihr behalten. Probier ich jetzt keine Monster an, bei euch. Finde ich nicht. Ich finde ich nicht. Hm. Ich gucke mir. Wenn ihr wisst, wo eine Katze ist, schreibt es in die Kommentare. Wir müssen echt mal Livestream machen, damit die Leute auch schreiben können. Da war eine Katze. Ja. Jetzt komme ich nicht raus. Willst du eigentlich irgendwann mal YouTube-Partner werden? Ich? Schwene? Wird hier sein können. Oder meinst du so behindert, dass du es auf jeden Fall willst? Bestimmt nicht. Kein YouTube-Partner werden? Lieber Hals. Warum nicht? Gib mal Kopf da drauf. Was soll ich denn? Ehrlich? Zu. Willst du nur so Videos machen? Ja, einfach so. Willst du niemals die Chance nutzen, um Geld zu verdienen? Wie? Weiß ich nicht. Um Geld zu haben, vielleicht? Für kann ich auch arbeiten gehen. Du willst nur ein Produkt haben, ne? Nein. Passenlos. Nicht? Jetzt lügst du aber. Was hast du mehr? Warum? Hey, warte. Jetzt ist dir Hoffnung erwähnt. Hey, wieso hast du die beendet? Ich hab's nicht geschafft. Ja. Okay, er beendet, ich nehm weiter auf. Also das ist jetzt exklusiv Stuff, den ihr nur bei mir findet. Du musst dir die Datei dann zurecht schneiden. Bist du so müde, oder warum? Hey, ich seh da wieder auf. Ja. Willst du denn? Was tut an? Äh, ich überlege mir am besten so'n, äh... Wie baue ich denn am besten so'n so'n Schil? Was können die nicht angehen, ey? Dann kommen sonst jemanden. Komm an. Für einen so'n Doktor, Kohl und Sonnenschirm haben. Warum krieg ich eigentlich nur so'n dunkles Scheißzeug, ey? Ist doch dumm. Warum sind das eigentlich Platten? Ich wollte gar keine Platte haben. Ich wollte so'ne... Alter. Wie macht man denn was? Er haut ab, er haut ab, er haut ab! Das sind ja nicht drei, ne? Ah, tatsächlich. So, und damit kann ich jetzt einen größeren Zaun bauen. Theoretisch. Also kann ich in den Fisch nicht gehen. Aber er hat dann auch immer noch keine Farbe. Wie läuft er denn nicht? Zaun? Wo ist der Zaun? Boah, da. Machen wir nochmal hier. Machen wir drei oder vier hoch. Ich hab hier jetzt hingefunden, aber ich kann denen keinen roten Fisch geben. Und wir machen da vielleicht Slick nix. Du musst auch, äh, dich ganz langsam ranpirschen. In der Hocke. Also mit, äh, Shift. Und dann kommt die zu dir. Irgendwann. Und dann darfst du den ersten Fisch geben. Das ist taktisch. Muss man da vorgehen bei den Dingern. Die sind immer schon vorgerissen. So, und jetzt hab ich einen Sonnenschirm. Ich werd sie nie wiederfinden. Nicht schlimm. Solange du nicht verliebt warst. Ich dachte, ich war farblich. Ups. Und noch ein Tisch. Ich kann sogar noch zwei. Oh, wie cool. Danke. Wo ist er denn jetzt hin? Weit ich doch nicht. Wo ist er? Oh, wie cool, ey. Geist hat er. Ich brauch' ich nochmal ein Schild. Boah, Schilder. Oder, ja, ja, Schilder. Schilder, Schilder, Schilder. Nein, nein, brauche ich viel Schilder. Dann macht man so. Ja, vier. Und dann Sticky, dann. Zack. Warum nur drei? Ich brauch' vier. Achso, pro drei. Oh, jetzt hab ich zu viel. Jetzt hab ich mitzunehmen. Scheiße. Ich bringe mal drauf. Er dreht vordurch und rennt weg, wenn er mich sieht. Ja, du musst auch dranpirschen. Und langsam. Und dir Zeit lassen. Das ist nicht so einfach. Das dauert schon ein bisschen, bis sie sich trauen. Klingt doof, ist aber wohl. Oh, wie cool, Alter. So ein richtig cooles Ding gebaut, hier. Du kannst hier Candlelight den Arm haben. Nein, Tische und Stühle. Nein. So. So, das ist noch ein cooles Ding, hier. Oh, geil. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich mir das Dach da hinbaue. Das Dach, wie mach' ich das Dach denn? Wie mach' ich das Dach? Pfff. Hm. Ich könnte einfach ein Flachdach machen, ohne egal. Das ist der Dank. Ja, kommt hin, ich geb ihm Fischer und er lauf weg. Du brauchst mehrere Fische ab und zu. Also, meistens. Ich hatte zwei. Also, wenn ich diesebiereinescheineineineinhe Amen.